Oh! Tschüssi! Tschüssi! Jetzt noch ein bisschen in die einen Stelle, Reno! Und ja, damit würde ich dann mal sagen, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3! Ich habe jetzt mal eine längere Zeit nicht gespielt, das heißt, ich kann eventuell ein bisschen rostig sein, meine kleinen Mad-Görschen. Hoffen wir einfach mal nicht. Okay, ein rostiges Fuck. Gut. Wir haben hier letztes Mal die Boss, die wir noch nicht eingetauscht. Die wir letzten zwei bekommen haben. Was hast du denn? Die beiden Sachen. Nicht so meins, aber die macht gute Stärke. Gewährt LK-Kon-Vitalität erhöht Erlebnenschaden. Was? Ein Stück einer Schlagkette, mit der der Riese... Er steuert Lebenskraft, Kondition und Vitalität. Über was für einen Wert reden wir denn hier? Ja... Hm... 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 Sowas steht da. Oh, holy! Alles um fünf? Alter! Der ist nicht schlecht. Würde das klappen? Lass mal gucken. Fuck, ich habe noch eine fett Roll damit. Das ist natürlich schon uncool. Wir haben hier ein 71... Ja doch, warte mal. Das können wir doch... Ja, haben wir irgendwie bessere Handschuhe. Aber der Ring ist nicht schlecht, muss man einfach so sagen. Kann ich jetzt selber nichts Schlechtes daran feststellen. Hm... Ja, würde ich sagen, machen wir das so. Hm, hm, hm! Das ist doch cool. Das ist, das ist, das ist, das ist cool, das ist cool. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mich, wie man wahrscheinlich schon gesehen hat, ein bisschen hochgelevelt. Bin jetzt, äh, ja, ne, ein paar Stufe aufgestiegen. Bin jetzt Level 85. Und ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Gebieten wieder ein bisschen besser klarkomme. Haben wir einen... Ne, haben wir einen... Ne, haben wir nicht, okay. Wir reisen... Zu Ocheros... Ocheros... Ozeros... Wie immer der Typ heißt. Und gucken wir da nochmal im Sumpf nach. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Was ich mir mich stark vorstellen könnte. So, wartet, lasse mich noch... Wo haben wir jetzt eigentlich mal die Stats da am Anfang, ist, das ist ein bisschen komisch, naja. Lasse mich noch kurz mein Twitch-Chat aufmachen, dann können wir ja schon loslegen. Bäm. Bäm. Und Twitch it, please. Na, ich muss jetzt die Werbung warten, dann geht's. Ähm, ich glaube wir müssen hier lang. Aber ich hoffe, ich verkack nicht zu sehr. Das wäre ganz angenehm. Und darum haben wir auch schon den ersten Gegner. Oh Gott. Nehmen wir mal unsere Flamme hier raus. Oh, wartet. So, jetzt habe ich den Twitch chat. Perfekt. Backstab, boy. Bäm. Noch ein Backstab. Tschüss. Zaubersteinplatten. What the fuck? Warum gibt ihm der ein Item? Au, 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 au. Warum kann ich nicht so schnell rollen, alter? Holy shit. Holy shit, ey. Lässt mir auch noch ein Item fallen? Ne, ne? Ehrlich, oder? Oh, doch. Was ist das denn? Okay. Interessant. Gucken wir uns die Rüstung nochmal an. Rüstung. Irgendwas mit Kale da, oder so, ne? Da. Uh, die wirkt weniger und hat bessere Stats. Und sieht schöner aus. Den Helm muss ich leider anlassen, weil der sieht einfach sexy aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und haben wir hier irgendwas besseres bekommen? Äh. Ja, die möchte ich nicht tragen. Die hier, ne? Fuck, dann sind wir auf 70. Gucken wir mal, ob wir schlechtere Hosen finden. Die hier. Wie sehen wir denn jetzt aus? Oh, guck mal. Wir sind wieder Schlangen. Sehr schön. Gut. Erkunden wir mal das Gebiet ein bisschen mehr. Ich höre jemanden, der rumzaubert. Der Typ zaubert rum. Oh, ich sollte eventuell auch, ja. Na, mein Schild. Kann mein Schild eigentlich blocken? Oh. Das, ja, separieren. Okay, wusste ich gar nicht. Ist ganz angenehm. Okay, da komm ich nicht hoch. Das ist blöd. Ich wollte ihn noch wegracken. Mann. Okay. Hm. Sieht doch nicht so aus, als ob ich hier irgendwas vergessen hätte. Hm. Zehn Estis haben wir noch. Ist noch okay. Oh Gott. Nicht jetzt die Gegner. Da komm ich nicht hoch. Oder? Ist das so ne unsichtbare... Ne. Die gehen an die Schilder die ganze Zeit Geräusche machen. Rollen wir einfach mal hier runter. Oh. Titanitbrocken. Sehr schön. Oh, da ist auch ein Item. Schnell holen, schnell holen. Menschliches Harz. Okay. Seht ihr? Hier kann ich zum Beispiel nämlich lang. Dann würde ich sagen, geh mir doch mal hin. Mh. Gehen wir einfach mal hier lang. So. Ich glaube, da müssten wir eigentlich nur wieder hochkommen. Aber es ist ja nicht ganz sicher. Oh. Komm mal unten rein. Fuck, hier habe ich jetzt nicht richtig hingeguckt. Da kann man auf jeden Fall runterrollen. Und was ist, wenn man hier oben ankommt? Da sind wir... Hier oben. Ich versuche mal jetzt hier runter zu räumen gleich. Autsch. Hat auch noch einen Fallschaden gemacht. Ganz schön. Machen wir mal Gluck Gluck. Was haben wir denn hier? Oder war ich hier schon? Ne, war ich nicht. Drachenschuppenring. Was macht denn der Drachenschuppenring? Da unten ist er. Finger von hinten erlitten Schaden. Kann man bestimmt gut im PvP verwenden. Ich brauche ihn aber nicht wirklich. Bye bye. Das war nur für den. Really? Ich dachte, er wäre ja noch ein Gegner. Nur für den Drachenschuppenring. Okay. Ich meine, ich kann mich nicht beklagen. Also. Was solls. Auf euch habe ich gerade echt gar keine Lust. Ich finde nämlich das Angriffsmuster von den Gegnern sehr unschlüssig für mich. Ich bin nicht. Ups, sorry. Ich habe auf meinen Tisch gekommen. Haben wir was hinter mir? Ne. So. Wo komme ich denn hier hin? Oh, das sieht sehr aus nach Dark Souls 2. Wie diese eine Stelle, wo hier so ein Turm ist, wo man den aufmachen kann mit dem... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo man den aufmachen kann, wenn man diesen einen komischen Ring hat. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ich will erstmal das Item da. Titanin Schuppe. Boah, ey. Okay. Au, au. Perfekt. Okay. Nicht perfekt, aber okay. Und ich habe gehört, dass wieder irgendjemand hier heilt. Du da oben, ne? Oh, ihr beide? Sehr schön. Wieder weg. Ich habe mir noch einen Estos gegeben. Sehr schön. Titanin Brocken. Oh. Wir finden die schönen Sachen hier, Leute. Die schönen Sachen, die wir haben. Wir sind wieder 10. Im Schlaf sprechen voraus. Okay. Wir sind wieder hier. Toll. Das ist ja super. Borg Lothric. Ja, ja, ja. So. Okay, mal gucken, ob ich den Gegner hier hinbekomme. Nee. Ach. Der Shit wird versperrt, oder was? Au. Ach nee, weil ein Finstergeist kommt. Ja, ist ja lustig. Als ob ich nicht schon genug Probleme in dem Gebiet gerade hätte. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, komm. Mann. Gut. Wir laufen. Ach, das ist auch noch ein S-Doc-Lober. Ach. Ach, auch noch ein Legger. Ja, ja. Ja, ja. Ein Legger und keine Ahnung. Nicht sicher. Ach ja. Ach. 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 Habe ich wieder an mein Mikro gekommen. Upsi daisy. Gut. Das heißt, dieses Gebiet ist also anscheinend nichts für uns. Wir gehen also. Reisen. Zum. Dahin. Dahin gehen wir. Genau. Ach. Die ganzen Gebiete, die gerade kommen, sind echt nicht mehr angenehm. Ich glaube, ich müsste echt mir ein neues Equipment zulegen mit einem Ultra-Grosch oder so. Aber das ist einfach nicht mein Spielstil. Deswegen mag ich das nicht. Mag ich das nicht, so. So, an den versuche ich mal leise vorbeizugehen. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Okay. Und. Lass mal gucken, was wir hier so haben. Hier haben wir Fragmentes, bla bla bla. Äh. Schlüsselleiter wahrscheinlich, ne? Ne. Da ist es. Okay. Zum Leuchtfeuer oder Schreien der letzten Rast. Ein Fragment. Das ist geschehen. Ne. Leuchtfeuer oder Zeugeste. Weil jetzt, äh, gehert und was. Nochmal. Kehr zum letzten. Aha. Huh?